Hallo, Mami? Hallo, hallo! Hallo, hallo YouTube! Willkommen zurück zu Five Nights of Freddy's Spy! Und da fängt gleich wieder an. Und ich hab keinen Bock, dass da jetzt das ganze dreht, deswegen übersprich ich das jetzt mal. Weil wir das ja schon gehört haben. So, der ist ja manchmal immer hier hin, deswegen glaub ich ihn mal dahin. Falls er da irgendwo ist. Ich hoffe es. Schauen wir mal da an, da ist nichts. Lüftungsschächte. Nada. Da. Da haben wir nichts. Ach, da ist er ja. Hi. Nein, nein, nein. Du gehst nicht in die Lüftungsschacht rein. Ist er jetzt da weggegangen? Audio. Ja. 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 Ich hab jetzt wieder Reset'n. Ah, das ist in die Trink scam. Ja, das ist in die Trink scam. Hallo. Hallo. Na 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 na. Hi. Wo sind wir jetzt hin? Hallo? Angst. Fick dich! Ich hab da keiner hin nachgeguckt! Entschuldigen muss das System in diesem Moment kaputt gehen, wo ich gerade weggucke. Macht total viel Sinn. Ich hab auch keine Ahnung, ob der da ist, aber ich logge den auf jeden Fall da hin. Was war das jetzt? Fuck you! Audio. Audio. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man den da weglocken kann, wenn er hier gleich vor meiner Fresse ist. Kann man ihn überhaupt da weglocken? Ich hab da nicht so ein Gefühl. Wie sieht das bei euch aus? Schreibt das doch bitte in die Kommentare, ich bin verzweifelt. Fickt euch! Wie lange geht denn das jetzt nochmal kaputt? Ah, super geil. Ah, verdammt. Boah, diese Geräusche, ey. Ja, die wollen mich retten. Die locken eher Jumpscare hierher. Ach, da ist er. Ähm, den locken wir mal da hin. Fuck you. Manchmal hab ich das Gefühl, dass Jumpscare cleverer ist als ich. Und wenn du das siehst, dann wirklich kein Kommentar mehr, was ich gerade gesagt hab. Hallo? 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 Mami? Ach, da ist er ja. Aber noch läuft das gut. Oder? Wie findet ihr es? Also ich finde es läuft gut. So, nochmal mal da. Schau mal kurz wo der ist. Schau mal kurz wo der ist. Auf jeden Fall ist er weg. Auf jeden Fall möchte ich, dass wir sie... Oh, super geil. Wahrscheinlich, wenn ich weggeschaut, ist er genau vor der, vor der, äh, hinter dem Fenster. Oder? Ne. So, der ist da. Dann locken wir ihn nochmal da hin. So, der ist dann da. Juhu! Wir haben es geschafft. Also ich finde eigentlich 5-4-4-3 echt geil. Also, das ist echt mehr Strategie, weil du immer... Ah, Minispiel. Weil du immer machen musst, du musst immer planen, wo du ihn immer hinlockst. Oder du musst immer... Oder genau sagen, man muss richtig gute Augen haben. Follow me. Ne, ich möchte da lang. Pirate Crew. Ich fahre mich echt, ob das das alte... Sind das Muffins da links? Ich kann nur hoch und runter. Was soll denn der Quatsch? Ok, komm wir folg Nana jetzt mal. Ich glaube hier ist immer der Security-Guard. Was soll das auf dem Boden sein? Ratten? Was für ein Sturm, ey. Also im Spiel und auch hier bei mir gerade. In real life. Kein richtiger Sturm draußen. So, komisch ist das, dass, dass, ähm... Ich weiß gar nicht, ob das der Old Bunnies oder Toy Bunnies, dass er sich nicht wundert, dass da Freddy auf dem Boden liegt. So, und da kommt wieder Puppetkai oder wie da ist. Genau, und zerlegt mich. So, da würde ich sagen, das war's für diese Nacht. Wir sehen uns dann... Schnauze. Wir sehen uns dann der dritten Nacht. Bis dann.